Hallo zusammen, hallo ihr Lieben. Ich wünsche euch einen wunderschönen Weihnachtsabend, ganz tolle Weihnachtsfeiertage. Lasst es euch gut gehen, entspannt euch, habt eine tolle Zeit. Auch wenn ihr zusammen seid mit Leuten, wo es so zwanghaft ist, dass man da hingehen muss. Vielleicht bist du ja mit Leuten zusammen oder mit der Familie zusammen, mit Wahlfamilie oder mit dem richtigen Partner und so weiter, dann ist das ja wunderbar. Für alle, die zum Beispiel Weihnachten ganz alleine verbringen oder noch nicht mal Lust haben, sich was zu organisieren. Also ich habe noch nicht mal Lust, mir irgendwas zu organisieren, beispielsweise. Wollte ich auch noch sagen, man kann auch eine ganz andere Perspektive auf dieses Fest haben. Und zwar, wenn du zum Beispiel zu den Leuten gehörst, die da vielleicht so ein bisschen sich einsam fühlen könnten. Ja, vielleicht, ne, so. Dann muss ich dir auch sagen, das kann man auch so sehen, dass Weihnachten im Prinzip ja auch so ein bisschen so eine Schafherde zusammenhält. Wie soll ich das sagen? Also diese Konditionierung, diese Erziehung dazu, dass man sich doch bitte schön unwohl fühlen muss an Weihnachten und heulend in der Ecke sitzen muss, wenn man jetzt keine Schafherde um sich herum hat. Ja, ich sage es jetzt mal ein bisschen böse. Ich sage es einfach mal so. Wenn man die richtigen Leute hat im Leben, dann ist es was Wunderbares. Aber es ist auch genau der Lauf der Dinge, wenn du gerade zum Beispiel eben nicht die richtige Person in deinem Leben hast. Und dann kannst du es dir trotzdem gut gehen lassen. Du kannst was für dich tun. Du kannst an deiner eigenen Berufung arbeiten. Du kannst dich in der Badewanne legen, ein tolles Buch lesen. Es ist uns auch anerzogen worden, angeblich uns doof fühlen zu müssen, wenn wir jetzt nicht ein Teil von dieser Herde sind. Wisst ihr, was ich meine? Aber du hast ja dich, du hast Gott, du hast die Engel, wenn du alleine Weihnachten feierst. Und du hast hoffentlich die richtigen Menschen um dich herum, wenn ihr gemeinsam feiert. Und wenn du die falschen Menschen um dich herum hast, dann weiß ich nicht, kann ich jetzt nichts dazu sagen. Aber was ich einfach dazu sagen will, ihr Lieben, lasst es euch halt gut gehen. Nehmt die Tage, um wirklich etwas für euch zu tun, für eure Familie zu tun, wenn ihr welche habt, für eure Lieben zu tun. Und ja, lasst es euch gut gehen. Und schreibt doch in die Kommentare, wie ihr feiert. Das würde mich auch sehr interessieren. Und ja, bis dahin. Die Michelle und die ganzen Orakel, die kommen jetzt auch raus. Raus, auch für den Januar und auch noch ein paar Jahresorakel und so. Lasst euch überraschen. Danke fürs Abonnement und fürs Like. Und teilt die Videos auch in der Gegend herum. Freue ich mich auch drüber. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Vielen Dank.